Das Linzer Startup Codexplore hat ein Neuronavigationssystem entwickelt, das es chirurgischen Teams ermöglicht, Eingriffe am Gehirn präzise planen, simulieren und durchführen zu können. Dies basiert auf der Grundlage radiologischer Bilddaten und entsprechender 3D-Modelle des Patienten bzw. der Patientin. Ein Multikamerasystem und holographische Brillen ermöglichen es, den realen Patienten und virtuell überlagert dessen innere anatomische Strukturen in Echtzeit und in 3D betrachten zu können.